Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder etwas zum Selbermachen für euch. Und zwar zeige ich euch, wie ihr einen ganz einfachen Heubeutel selber nähen könnt. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ihr braucht dafür eigentlich auch nur einen Baumwollstoff, eine Schere, eine Nadel, also ihr könnt natürlich auch eine Nähmaschine nehmen, wie auch immer, und etwas Heu, vielleicht noch ein paar Saaten oder Kräuter, das könnt ihr selbst entscheiden. Dann schneidet ihr euren Stoff so zu, dass ihr ihn später zusammenfalten könnt und einen Beutel nähen könnt. So sieht meiner dann später aus. Ich folte den jetzt einmal noch, sodass ich einmal drum nähen kann und den dann außen rumstülpen kann, damit die Naht innen ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also näht ihr einmal hier lang, wie ich das gerade zeige. Ich habe das schnell mit der Nähmaschine gemacht, aber ihr könnt das natürlich auch mit Hand nähen. Dann müsst ihr das Ganze natürlich umstülpen. Ich habe dafür noch so ein Lineal genommen, um die Ecken richtig rauszudrücken. Jetzt schneiden wir kleine Löcherchen rein, aus denen die Kaninchen später das Heu ziehen müssen. Macht einfach so viele und so groß, wie ihr wollt. Passt aber nur auf, dass die Löcher nicht zu groß werden, damit die Kaninchen nicht ihren ganzen Kopf da reinstecken können und sich so aufhängen können. So sieht das dann bei mir aus. Ich habe auch noch ein Loch oben hingemacht, damit ich da später eine Kordel durchfädeln kann. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und dann befülle ich meinen Bortel einfach mit Heu. Außerdem habe ich das noch so ein bisschen rausgezogen, damit sie es einfacher haben. Hier seht ihr jetzt meine Aufhängung. Ihr könnt das natürlich machen, wie ihr wollt. Ich habe das weit oben genug aufgehangen, sodass die Kaninchen da auf keinen Fall rankommen oder reinspringen können oder so. Da müsst ihr auf jeden Fall vorsichtig sein. Und ja, das ist dann auch schon mal ein fertiger Heubeutel. Wie gesagt, ihr könnt den auch im Sommer mit Wiese befüllen oder jetzt noch mit Kräutern und ein paar Saaten reinmachen, wie ihr wollt. Ja, und ich finde das eigentlich eine super schöne Idee. Wie gesagt, seid ein bisschen vorsichtig, dass da nichts passieren kann. Und ja. Dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wenn ihr das nachmachen wollt. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss!